Hallo liebe Leute, ich bin Frische Milch und wir spielen heute einmal eine Runde Battlespiel 3, weil diverse Menschen gefragt hatten, ob ich nicht mal ein Video aufnehmen kann. Hier ist es, eins von eventuell mehreren, die folgen werden. Also viel Spaß beim Zuschauen. Audio-Kommentar gibt es übrigens nur so zwischendurch mal, wenn ich im Game irgendwas gerade mal lustig mache. So, keiner hier. Beste Scharfschütze! Scheiße, doch, was ist denn abgerissen? Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Auber. Ich war der Meinung, ich hätte hier was gehört. Aber den war wohl nicht so. Hab gerade einen feindlichen Panzer in eurem Gebiet gesichtet, over. Hab gerade einen feindlichen Panzer gesichtet, over. Aufpassen, ich habe einen feindlichen Panzer gesichert. Ich greife an! Achtung! Wir haben das Einsatzziel verloren! Wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Hier kommt eine Munition! Nimm sie wir! Achtung! Das Einsatzziel wurde erobert! Over! Granate! Granate! Wir haben einen feindlichen Sniper gesichtet! Over! Wir haben einen feindlichen Sniper gesichtet! Over! Das ist deine erste Hilfemacht! Das! Einsatzziel wurde validiert! 4 5 5 5 6 8 11 10 11 11 12 11 12 14 15 12 11 13 15 15 15 16 16 Okay, wir sind da, wo wir sein wollen. Das Einsatz C wurde neutralisiert. 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 Hey! Kommt hoch, du bist so gut wie neu. Jetzt sollte alles wieder in Ordnung sein. Das Einsatz C wurde neutralisiert. Das Einsatz C wurde neutralisiert. Wenn wir zwei Arbeiter dann wie neu. Das Einsatz C wurde neutralisiert. Ja, das war größenwahnsinnig. Ja, das war das an dir, da müssen wir es aufrechterhalten. Mach's weiter, so Jungs. Keine Ahnung, wo du hin willst, aber du solltest lieber wieder herkommen. Keine Ahnung, da kommen sie! Keine Ahnung. Bleib bei uns, Antwalt! Anfache, denn da kommt der Park wieder her! Oh, jetzt haben wir die Gebrauchten. Entschreifen! Nimm das Medi-Kick! Hey Mann! Ich schaue dir aber! Ich schaue dir aber! Wir wollen die Medi-Kick! Munition! Scheiße, wir haben 20 Einheiten! Kann mir mal jemand helfen? Ich brauche Munition! Kacke! Da kommen sie! Hier ist deine erste Hilfe! Wir wollen die Medi-Kick! Wir wollen den Vorhinein! Wir wollen den vorhinein! Wir wollen die Medi-Kick! Wir wollen die Medi-Kick! Ich mach' mich nicht! Das ist eine Granate! Komm' wieder! Ich bin der Fall! Zuhause! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Du schirrst nicht! Aufschweißende Granate! Kommt von Klappen! Granate! Wir haben das Einsatzziel neutralisiert! Ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert! Der ist aber echt nervös! Alter Schwede! Ballert hier auf alles? Perfekt haben wir mit dem Achtung, Granate! Hey, hier ist dein Medikin. Achtung, Granate! Achtung, Granate! Hey, hier ist die Kondition! Achtung, das ist ein Medikin. Achtung, Granate! Achtung, Granate! Achtung, das ist in eurem Gebiet. Achtung! Warte nicht mehr hier wegzuschärben, Mann! Ich glaube, da brauche ich mal was mit einer höheren Feuerrate. Ich bin in die Richtung! Nimm dir das Medikin, hol's dir! Ich bin in die Richtung! Ich bin in die Richtung! Achtung! Achtung, Granate! Achtung, Granate! Hey, ich bring dich zurück! 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 Oh, tank! Hey, ich bring dich zurück! 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 Hey! Hey! Hey, ich bring dich zurück! Hey, ich bring dich zurück! Kass! Dort! Tag hin! Tag hin! Kann er gut bemen? Ja... Das ist gut bemen. Hier, nein, wenigstens. Hier, nein, wenigstens. Hier ist ein Medikirc. Ja, ja, aber du hast mich verraten, dass ich komme, wa? Du Sack. Mach ihn fertig! Vorsicht, ich habe einen feindlichen Scharfschützen gesichtet. Hier ist ein Medikirc. Hier ist dein Medikirc, Mann. Hier ist ein Medikirc. Nimm dir das Medikirc, hol's dir! Hier ist ein Medikirc. Over! Wir haben das Einsatzziel erobert. Over! Das war das Jesus. Das ist ein Medikirc. Das war's. Das ist eine Medikirc. Nein, der ist umgezogen. Ich glaube nach C. Oh Gott, ich hasse diesen Baum. Scheiße, wir haben gerade das Einsatzstil verloren. Hey, hier ist dein Medikit. Ich bin Danny. Du brauchst du hin. Achtung, das Einsatzstil wurde er und noch was. Hol dir das Medikit. Du bist von hinten beschossen. Du bist von hinten beschossen. Ich darf es erledigen. Ich darf es erledigen. Hier ist das Medikit. Ich habe ihn mit. Nichts. Du bist mit. Du bist mit. Du bist mit. Er ist die Düste. Scheiße, das war aber auch eine Scheißstelle da. Oh, what? Wie? Alter, Leute, das ist doch gefährlich. Oh! Schau, 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 schau! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! ein Medikin. Ich schalte die Silberstadt, der Saal! Ja, äh, hab nen feindlichen Sniper gesichtet. Over. Hab nen feindlichen Sniper gesichtet. Over. Hey, nimm! Nimm dein Medikick! Nicht so lange an einer Stelle kämpft. Achtung! Das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert. Over. Nimm dein Medikick, Mann. Hier ist dein Medikick, Mann. Achtung! Das Einsatzziel ist neutralisiert. Over. Da vorn ist deine Munition! Laufere Leistung! Das Einsatzziel wurde erobert. Over. Ah, was war denn das denn? Hier kommt ein Medikick. Feindliche Sniper! Feindliche Sniper! Achtung! Das Einsatzziel wurde erobert. Das war aber schwach. Jetzt sind sie sauer. Ah, geil. Hallo? Wieso habe ich denn euch nicht gesehen? Nimm dir das Medikick. Hol's dir! Achtung! Wir haben das Einsatzziel verloren! Nicht wieder voll! Wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Jungs, da ist doch keiner mehr drin! Wir sind hier hin. Hier, dein Medikick. Der, der, der! Der, 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 der! Der, 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 der! Marker! Marker! Achtung! Ich hab' nen feindlichen Sniper in eurem Gebiet gesichtet, over! Hier ist dein Medikit! Achtung! Einlass, der ist neutralisiert, over! Achtung! 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 Oh! Feindlicher Panzer gesichtet, over! Häh? Oh, fuck! Er sieht mich! Ah, lauf! Weg, weg, weg! Alter, warum bin ich denn da jetzt nicht geschoben? So viel Glück muss man erst mal haben. Oh je. Ey, nicht eine Flagge, weißt du, die campen den ganzen Tag bei C und halten sie nicht. Das ist unglaublich. Ist das nicht nass? Das ist nicht nass. Das ist nicht nass. Was ist das? 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Hier, dein Midi-Kit! Ach! Ach! Also der war rechts? Okay, ich verstehe. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele! Wir müssen den Spieß umdrehen! Ja, hier ist dein Midi-Kit! Jo, das war also mal eine Runde Battlefield 3 Zane Crossing, just for fun! Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da! Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid! Bis dahin, haut raus!